Hallo ihr Lieben und Willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den interaktiven Pagestyle Nummer 20 ganz einfach nachbasteln könnt. Das ist einer von insgesamt 50 verschiedenen interaktiven Seiten, die ihr in euren Mini-Alben verwenden könnt. Anders als ihr es vielleicht aus anderen Videoanleitungen kennt, bastel ich meine interaktiven Mini-Alben nämlich nach so einem Mix & Match System. Und bei diesem System könnt ihr aus bis zu 50 interaktiven Seiten eure Seiten auswählen und dann beliebig in eurem Album kombinieren und natürlich auch dekorieren. Und die Erstellung eines interaktiven Mini-Albums ist wirklich viel einfacher als man denkt. Das heißt, auch als Anfänger könnt ihr ohne Probleme so ein interaktives Album nachbasteln. Und wie genau das geht, zeige ich euch natürlich Schritt für Schritt in meinen Anleitungen. Wie ihr im ersten Schritt das Album-Cover und in den folgenden Schritten die Bindung und die Basisseiten bastelt, habe ich euch bereits in anderen Videos gezeigt. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie gesagt, wie ihr in einem vierten Schritt den interaktiven Pagestyle Nummer 20 bastelt, wenn ihr ihn in eurem Album benutzen möchtet. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall vorab erst mal dieses Video, das ich euch jetzt rechts oben in der Ecke verlinke. Ihr findet es natürlich auch in der Infobox. In dem Video erkläre und zeige ich euch, wie ihr mit diesem Mix & Match System arbeiten könnt, was ihr damit machen könnt und was ihr dafür braucht. Und damit würde ich dann auch mit dem Video für heute starten. Und als erstes möchte ich euch natürlich zeigen, wie der interaktive Pagestyle, den wir heute in diesem Video zusammen basteln, aussieht. Pagestyle 20 besteht aus diesen zwei kleinen Eckentaschen und dann habt ihr in der Mitte diese quadratische Fotomatte, die ihr ganz einfach in diese Ecken schieben könnt. Und davon wird sie dann gehalten und auf der Rückseite könnt ihr dann ein Foto entweder in der Größe 4x4 Inch für die 6x6 Inch Alben oder in der Größe 6x6 Inch für die 8x8 Inch Alben benutzen. Und selbstverständlich könntet ihr hier alternativ auch diese Fotomatte verwenden und mehrere kleine Fotos auf die Rückseite kleben. Ihr könntet auch auf die Rückseite Musterpapier kleben oder die Rückseite dazu verwenden, um ein bisschen was zu den Fotos auf der gegenüberliegenden Seite zu schreiben. Und damit können wir jetzt mit den entsprechenden PDF-Anleitungen für die Albumgröße, die wir gewählt haben, und den dazugehörigen Schablon direkt loslegen. Und zwar indem ihr natürlich als erstes die Musterpapiere, den Cardstock und die Graupappe entsprechend der Maßangaben in der PDF-Anleitung richtig zuschneidet. Und damit ihr dieser Videoanleitung noch besser folgen könnt, empfehle ich euch beim Zuschneiden jedes Element mit dem richtigen Buchstaben zu beschriften. Die Bezeichnung für die Elemente findet ihr ebenfalls in der PDF-Anleitung und auf den Schablonen. Einige der Cardstock-Elemente müssen nicht nur zugeschnitten, sondern auch gefalzt werden. Wenn ein Cardstock-Element gefalzt werden muss, dann findet ihr dazu die Information direkt neben den Maßangaben. Und zwar ist die Seite, an der gefalzt werden muss, immer entsprechend fett markiert. Zusätzlich könnt ihr aber auch die Schablonen verwenden. Anhand dieser Schablonen könnt ihr nämlich ganz genau sehen, wie euer Cardstock aussehen muss, d.h. wie es gefalzt und zugeschnitten werden muss. Indem ihr alle Papiere und Cardstock-Elemente zugeschnitten und gefalzt habt, könnt ihr jetzt das Musterpapier für die Basisseite auch schon auf die Basisseite kleben. Und wenn ich Musterpapier aufklebe, dann verwende ich in der Regel immer Flüssigkleber anstatt von Klebeband, weil ihr einfach mit Flüssigkleber so ein paar Sekunden Zeit habt, um euer Papier in die richtige Position zu bringen. Und wenn ihr einen starken Flüssigkleber verwendet, dann müsst ihr hier auch gar nicht viel Flüssigkleber auftragen, sondern es reicht, wenn ihr den einfach nur am Rand auftragt. Als nächstes könnt ihr das Cardstock-Element A bzw. die Cardstock-Elemente A weiter vorbereiten. Und dazu müsst ihr erstmal das Klebeband auf der Rückseite aufkleben. Und zwar verwende ich jetzt hier einfach auch mein Klebeband in der Breite von 3,8 Inch und klebe dann einfach vier Stücke Klebeband jeweils an jede Seite direkt neben dem Rand auf. Und dann könnt ihr ganz einfach dieses Cardstock-Element einmal diagonal durchschneiden. Dafür verwende ich jetzt hier auch wieder mein Schneidebrett. Vielleicht habt ihr das auch schon beim Zuschneiden gemacht, wenn ihr mit den Maßangaben und der PDF gearbeitet habt. Dann würdet ihr natürlich jetzt einfach das Klebeband auf die Rückseite dieser zwei Einzelteile in der dreieckigen Form kleben. Und genauso muss auch das Musterpapier einmal diagonal durch die Mitte durchgeschnitten werden. Und nach dem Zuschneiden könnt ihr das Musterpapier A auch schon direkt auf die Cardstock-Elemente A kleben. Und auch hier verwende ich wieder Flüssigkleber und kein Klebeband und trage auch hier wieder mein Flüssigkleber nur am Rand entlang auf und klebe es dann auf die Cardstock-Elemente. Und dann können wir die Cardstock-Elemente A auf die Basisseite kleben und dafür entferne ich jetzt die Schutzfolie vom Klebeband und zwar erstmal nur jeweils bis zur Hälfte. Das heißt, ich lasse jetzt die Schutzfolie hier auf der Ecke noch drauf und knicke den Rest des Klebebands so ein bisschen zur Seite. Dann könnt ihr nämlich die klebrigen Seiten erstmal noch nach oben halten und dann mit der nicht klebrigen Ecke diese Eckentasche mit dem Basispapier ausrichten. Das heißt, gucken, dass ihr es wirklich in der Ecke positioniert und dass die Ränder auch mit der Basisseite abschließen. Und wenn ihr dann die richtige Position gefunden habt, dann könnt ihr erst die klebrigen Seiten runterdrücken und dann den Rest der Schutzfolie entfernen und auch die Ecke aufkleben. Und genauso macht ihr es dann natürlich auch mit der zweiten Eckentasche. Also auch hier entferne ich wieder die Schutzfolie nur bis zur Hälfte und lasse die Schutzfolie auf der Ecke noch drauf, knicke meine Schutzfolie um und richte das dann wieder mit der Basisseite aus, um die richtige Position zu finden und meine Tasche aufzukleben. Und damit ist dieser interaktive Patchstyle auch schon fast fertig. Wir müssen jetzt nur noch das Musterpapier B auf das Cardstock Element B kleben. Also auch hier verwende ich wieder meinen Flüssigkleber und trage ihn am Rand auf und dann klebe ich mein Musterpapier auf den Cardstock. Und dann könnt ihr ganz einfach das Cardstock Element B in diese Eckentaschen stecken. Das heißt, ich stecke es immer erstmal ein bisschen weiter in eine Tasche und dann könnt ihr den Cardstock auch so ein bisschen knicken, damit ihr es in die andere Tasche stecken könnt. Und ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr schöner Page-Style und ich verwende ihn sehr gerne in mein Album. Und dann ist dieser interaktive Page-Style auch schon fertig und ich hoffe natürlich, dass ihr dieser Videoanleitung wirklich gut folgen konntet. Aber falls noch etwas unklar ist und ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich mich dann auch für heute verabschieden und ihr könnt natürlich jetzt mit der nächsten Videoanleitung weitermachen, das heißt mit der nächsten interaktiven Seite, die ihr in eurem Mini-Album verwenden möchtet. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben dalasst und mir euer Feedback in die Kommentare schreibt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!